Was sind all das, das ist das Richter, muss man allgemein so, dass man im Lützbüchen schon erst gesetzt hat. Das wird ein Droit des Autors, wo dann noch der Richter von dem Auto, respektive von dem Ere von dem Auto auch geschützt ist. Wenn man dann so will, damit man es benutzt, weil die anderen geschaffenen hat, dann muss sich ja im Prinzip den Autorisationen vor, also Trashen vor, dennoch zu benutzen. Wenn ich nur an einem Kuh etwas benutzen will, muss ich mir eben eine Reihe vorerstellen, die ich in vielfältig kann überprüfen. Das ist jetzt mal, als das, was ich nur benutzen werde, ich integriere in eine Kuh, also die überhaupt geschützt. Ich stelle, als das, was ich für herumleihen will, also es ist originell genug, dass ich so ein Jahr dort in sich mitgemacht. Es fällt also die Kondition von der Originalität, dass es nicht schon sowieso ein paar andere Plätze in der selben Form existiert. Das ist das. Dann muss ich sich vorstellen, dass das werde ich benutzen. Benutzen Sie dann in einem öffentlichen Zusammenhang. Und da muss ich in der Physik besuchen, auch in der Klassensaal, die auch im Zaunraum ist. Wenn du sie in einer Leute, du siehst Schüler, die auch noch ausdrücken, das heißt, ja, wenn ich eine andere Schule benutzen, das ist nicht in einem Domänenpublik, das heißt, ja, ich muss dann auch das Autosrecht freuen. Die nächste Frage, die ich mir stellen kann, ist, dass ich überhaupt das werde ich hier benutzen, als du noch ein Autosrecht drohst. Und ein praktisches Beispiel erklärt, den Rehnert-Gruf geschrieben in 1772, der Michel Rodon stehend geschrieben wird, mit dem er aus 1776 gestorben ist. An das Autosrecht, der das nicht mehr 70 Jahre nach Verlapel, das heißt, da noch an dem einen Fall, was dann in 1747 ist. Aber ab da, als dann das, was hier geschrieben wird, das Gedicht, ein Lied, das kann ja dann alle Zortverschaffungen sein, als dann in einem sogenannten Domänenpublik, das heißt, ja, Low-Hout-Stars kann ich die Rehnert integraal benutzen, weil kein Droit-Auteur mehr drauf ist. Wenn man zu Lützebüch am Ansehnemar will Quellen zitieren, also Sachen benutzen, für eine Kuh anzubauen, dann gilt auch da den Droit-Auteur, und muss ihn also dann die Qual überprüfen, und dann noch, gegebenenfalls ein Auto, dann noch im Erlebnis frohen. Interessant ist aber, und dafür haben wir dadurch auch hier überprüftet, an dem Ratgeber, dass wir aber da am Lützebüchern gesehen haben, dass wir den Droit-Auteur eine Ausnahme haben, das ist der sogenannte Artikel 10. Da gibt es zwei Beispiele, die wir uns haben, die wir uns ganz gut passen. Das ist eben das von der Zitation, das hat sich nur ein extra von einem Weg, das kann Musikalisch sein, das kann Schriftlich sein, Literatur sein, das ist nur ein Teil rauszuholen, und dann ist es auch noch für den Bild von der Edukation für mein Seinimmer eben gut, weil er will. Die eine Ausnahme, die er nimmt, das ist die von der Illustration, die ich fand, ich glaube, wir können, für den man da einen wissenschaftlichen Fakt zu erklären, zu erläutern, zu illustrieren, also auch dann kann ich das machen, und an diesen zwei Ausnahmen brauche ich das dann nicht beim Auto extra nur zu freuen. Weil ein Internet als Genesowilo in der Klasse soll in öffentliche Raum, das heißt, wann ich etwas tun erstellen, da kriege ich ein Anerleid, das macht, und dann muss ich immer aufpassen, dass das, was ich tun erstellen, und eventuell für ein Anerleid benutzen, geklärt das, das also das, auch für Autos technisch, überprüft das, respektiv, muss man auch das so sagen, wann ich dasselbe etwas schaffen, eine ganz neue Plus-Value, also etwas originelles schaffen, wo nicht an Autos rechten, zu das Anerleid, auch wenn sie das am Internet fanden, nicht einfach so können benutzen, aber auch du da mich als Autodonament frohen müssen, ob ich damit aufzustellen, dass sie nicht weiter benutzt wird. Für auch du vielleicht ein aktuelles Beispiel zu suchen, mir einen Internet-Sitz ist kolonie.lu, denn ich habe auch noch am Anfang viel gesehen, an diesem Buch eben noch von dem Leitsche Verlachmat als Beispiel an die Kur Integraer zu gehen, weil die eine echte Kontakte dafür zu freuen, ob sie das Logo benutzen dürfen, eine Referenz auf den Internet-Sitz können machen, und natürlich, wie auch ganz viele Fälle, wenn ich auch gesagt habe, gar kein Problem, der darf das frei benutzen. Sobald ich mit anderen Leuten, ob du Arbeitskollegen bist oder nicht, mir die benutzen, dann auch noch an ihrem professionellen Kader. Wenn ich also mit anderen Leuten Sachen tausche, dann muss ich die begucken, dass das Widersteine gehen, auch Autos technisch gecheckt ist. Du, gedacht, dass es nicht möglich geht, dass ich, wie gesagt, schon selber Trechter gefrottet habe, nicht nur selber zu benutzen, mir das dann, wann in Noto gefrottet wird, auch dann direkt mit Freit, kann ich das dann auch mit anderen Dehlen, dass das eine andere Flex, eine andere Flex, aber auch den, kann ich auf Quellen zurückgreifen, wo auch schon so viel gerade draufsteht, ich darf das mit anderen Dehlen, ich darf das dann auch einfach anpassen. Für dieses Beispiel auch zu nennen, wenn du in der Leitfaden rausbruchst, der pädagogische Leitfaden, für Bisecure, wo ich dann auch direkt an Arbeitsblätter dranhört, die fertigste, vier Opt-Copies-Maschinen, vier am Unterricht auszudehlen, wo ich dann vier Beratungen, nur Beratungen erklärt das, und auch da, wenn ich dann an mein Impressum gucke, dann direkt auch schon an der Quellen umgehen, dass ich den Dehlen gratis benutze.